Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession Assassin's Creed Brotherhood Ja, wir sind, äh, ich bin der Ja, wir sind bestimmt Ich bin der Files Dommel P und ihr seid meine Community Wer hätte es gedacht? Oder die Zuschauer eigentlich? Wie auch immer Jedenfalls möchte ich euch recht herzlich begrüßen Zu, äh, einem neuen Assassin's Creed Part Beziehungsweise Aufnahmesession Ja, und ich guck gerade, ob ich aufnehme Jo, ich nehm mal auf Genau Und, ja, ansonsten möchte ich Nicht mehr viel, äh, dazu sagen Sondern nur noch, äh Weitermachen Ich weiß nicht, wo wir gerade sind Genau, das Gebiet hatten wir Ja, gemacht Und wir, man könnte natürlich jetzt hier Noch einiges machen Ich sehe gerade nicht, wo, ähm Die Hauptmission ist Na gut, dann, äh, machen wir halt ein paar Templar-Agenten, würde ich mal so behaupten Das ist ja auch nichts, äh Schlechtes Okay Ja, dann, äh, machen wir mal Ein Templar-Agenten oder die Templar-Agenten Ach, jetzt wird mir die Hauptmission angezeigt Die wurde nämlich gerade Ah, jetzt wird sie angezeigt, okay Alles klar, dann weiß ich ja Bescheid Das ist ja, äh, gut Weiß auch schon, welcher Templar-Agent das ist Dann sprechen wir mal mit dem Mann hier Runter Er ist doch in der Nähe Wer? Einer von Borgias Hunden Wir wollten uns ihnen widersetzen Er kam zu unserem Haus und schoss mit seiner Hakenbüchse Meine arme kleine Anna, sie ist Ich muss zu ihr zurück Nur einen Schütze? Den überwältige ich leicht Wie präzise er auch sei Merder Wenn wir hierbleiben, tötet er uns Hört Ich laufe zur nächsten Säule, um ihn abzulenken Ihr flankiert ihn In der Schusslinie, alles klar Gaspar de la Croix Vorher wahllos von seinem hochgelegenen Aussichtspunkt Der muss eliminiert werden Das zählt in weniger als 45 Sekunden mit der Versteckenklinge töten Okay, wir versuchen's Na? Adesso basta Ich fürchte mich nicht Da ist er Laju Merde, merde, merde Ja, ich hab's geschafft Ja, ich hatte ihn ja 100% Sehr gut Ja, ich merke gerade Ich hab ja aufgeschrieben, was ich noch alles brauche In Sachen In Sachen Assassin's Creed Brotherhood Was ich noch alles für Geschäftsaufträge brauche Mhm, mhm Okay Gut, gut Ähm So, was machen wir als nächstes, würde ich sagen Mhm, 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 mhm Ich bin natürlich nah an der Hauptmission dran Würde aber gerne nochmal zu den Dieben gehen Ehrlicherweise Templagenden gibt's natürlich auch noch Und noch eine Leonardo Und noch eine Leonardo Maschine Also ich denke, ich mag auf jeden Fall noch einen Templagenden Was, der liegt, denke ich, noch hier Irgendwo Dann reiten wir mal zum nächsten Templagenten Machen jetzt mal Einst bei Templagenten Ich denke, dann werde ich Zur, ähm Zur Diebesgilde gehen Und da mal kurz nachfragen Ach, das ist der War das euer Stand? Sie Alles wurde zerstört Wer war das? Donato Mancini Ich trat beim Rennen gegen sein Pferd an Und machte den Fehler zu gewinnen Ihr dagegen Die ganze Stadt redet von euch Wie ihr gegen Borgias Männer kämpft Donato will sich alleine mit mir treffen Ich fürchte, er will mich umbringen Ein geschleuchter Teilnehmer Donato Mancini betreibt Rennen im Circo Massimo Er muss aufgespült und eliminiert werden Nur Donato Mancini töten Wo kann ich ihn finden? Grazie a Dio Er erwartet mich am Circus Maximus Dort werden die Rennen ausgetragen Ach, ne, wir haben den Circus Maximus Hör her Entschließt das Wasser Der führte dieses Kampf Hey, bist du noch bei Tron? Hey, bist du noch bei Tron? Natürlich lässt man nicht warten Bist ja auch ein Spasti, Alter Ach, hier Ja, bauen wir es aus Wieso nicht? Wieso bauen wir es nicht aus? Warum denn eigentlich nicht? Roku kommt gleich Keine Sorge Niemand lässt mich warten Ihr seid tot, Rocco Hört ihr mich? Sehr schön Ah, ich hab keinen Rauchwurm Scheiße Ja, hundertprozentig Yes Ist ja gut Sehr, sehr gut Das ist doch Meine Assassin lohnt sich doch immer wieder Muss man wirklich sagen Alles klar Hm, was kommt jetzt? Ach ja, Diebesgilde Beziehungsweise Schnellreise in der Nähe Nur wenn ich zurücklaufe Bauen wir noch die Stelle hier aus Schnellreise in der Nähe ein aquaduct bauen wir das mal aus zumindest diesen teil hier sehr gern ja jetzt hat er nichts mehr zu tun kann ich kann ich jetzt nicht reparieren oder ausbauen oder was auch nicht schade habe ich doch gewusst dass hier ein schatz ist und tomaten habe ich wieder bekommen ich glaube ich habe doch genug tomaten jung die beskilde da muss ich hin genau da muss ich hin da nur da muss ich hin genau das ist das ist das ist das ist das ist